Heiko, 35, ich komme aus Düsseldorf und habe hier in der RWTH Entwicklung und Konstruktion studiert. In den letzten drei Jahren war ich hier als Wissenschaftler am Institut für Maschinenelemente und Systementwicklung. Julia, 26, ich komme aus Greven bei Münster, habe Medizin studiert und arbeite aktuell im Uniklinikum. Mitglied bei Achnhalt Ausdauer. Wir organisieren den Campus Run für Menschenrechte. Dies ist eine Laufveranstaltung in Zusammenarbeit mit Amnesty International. Wir bieten daher die Plattformen, um auf aktuelle Menschenrechtsthemen aufmerksam zu machen. Am 18.8. ist es wieder soweit, da startet der vierte Campus Run für Menschenrechte. Ich bin letztes Jahr auch mitgelaufen, kann die Veranstaltung nur sehr empfehlen. Es ist nicht nur was für Leistungssportler, sondern wenn man zum Beispiel die zehn Kilometer nicht schafft, kann man sich auch gerne für eine Staffel anmelden, zum Beispiel fürs Institut laufen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei seid.